Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play War Thunder. Heute nicht alleine, ne der Bamme und der Mu sind wieder mit dabei. Hallo ihr beiden. Moin moin. Ja, ich flieg heute mal die Briten. Was fliegt ihr so? Ebenfalls Briten. Deutsche. Breakdown Deutsche. Ich hau mir gleich mal meine Spitfire raus hier. Ich flieg mit dem Bowfighter. Verfolgst du die gleiche Strategie wie ich letzte Folge? Ich denke nicht, da ich keine Bomben oder sowas hab. Ich hatte ja auch keine Bomben mit der IL-2, aber Heavyfighter zum Start halt. Um eine Schneise reinzuschlagen. Ich versuch's. Meistens hab ich direkt einen Japaner am Hintern und dann war's das. Oder hier die P63. Sind die Japaner stärker geworden? Pff, die nerven halt einfach. Ist doch schnell los, ne? Die kriegst du gar nicht los, das sei denn du bist schneller als die. Ich geh auch mal auf die P63 da. Auf den Kunstscanner. Der rammt sich. Ja. Alles. Der ist hin. Können wir eigentlich hier mal, äh, was steht da unten alles. Bildschweiler Panzer. Eine Flak. Das sind wir, wie ich meine, nicht zuerst. Wow! Fuck! Was ist passiert? Ich hab zu spät... Ich hab nicht gecheckt, dass die auf mich zufliegt. Wow. Oh, jetzt ist, äh... Geschirc. What the fuck, ey? Was ist denn hier bei dir los? Guck mal auf die A2. Action. Ja, da war grad noch einer. Ich krieg's nicht auf mich zu. Komm, gib Gummiii. Ich muss nach ran. Ich verfolge hier gerade bei einem deutschen Speedfire. Los! Boah, die ist mir zu schnell. Jawoll! Oh, Pilot noch laut. Na schön, danke. Die zweite A2 hier. Komm her! Und abtauchen. Das hast du dir so gedacht, Freundchen. Ah, ich hab nur noch MGs. Egal, vielleicht treffe ich ja den Piloten. Ja, Pilotentreffer sind ziemlich häufig geworden in letzter Zeit wieder. Ich war eben schon mal zweiter im zweiten Spiel. Meine Piloten sind eigentlich ziemlich halkmäßig ausgebaut. Ja! Das ist doch nicht normal, ey. Was ist passiert? Ja, der Beckganner. Hätte ich echt abgeschossen? Der Beckganner. Boah. Unglaublich, oder? Ja, wann sind die so genau? Ah, die sind nie wirklich schlecht gewesen. Gerade wenn du die ein bisschen geskillt hast. Ich brauche mal. Hm, Anni, ich hab Raketen drauf. Ah, ich hab mein erstes Ziel trotzdem noch erwischt. Sehr schön. Hercules. Du hast ne LH5? Bitte? Versuch's nochmal wegzukriegen. Meinst du... Banne? Mhm. Ich geh auch mal... Na gut, die ist weg. Okay, habt's. Ich geh mal eben auf die mittelschweren Panzerlinien und jagd dann auch Raketen drauf. Bin am Nachladen. MGs sind wieder ready. Ich zieh mal voll auf die Panzerlinien da. Na, ich kann ja immer mit dem Bomber fliegen. Na, ich hab jetzt nur Raketen drauf, aber... Ich glaub, das trommelt vielleicht trotzdem ein bisschen. Kommt ein Jagd-9 her. Keine Ahnung, aber die holen wir uns. Die ist schneller als ich. Kam ja auch grad aus dem Sturzflug. Mhm. Mhm. Ich glaub, die krieg ich sogar schon. Boah, kein Treffer, das war schlecht. Echt Spitfire? Ja, ich zieh grad auf die Spitfire rauf, aber... Oh, die haben sich gerammt. Passiert ja so selten. Ich flieg mal ein Stück zurück Richtung Bamme. Und dreh das mal rein. Mal gucken, was wir da haben. Jagd-9, Jagd-9, L-A-G-G-3, Lack-3. Hab's ja. Auf die Lack. Gehst du grade? Au! Mo, du hast ne Jagd hinter dir. Ja, hab ich gemerkt. 37 mm Unsinn. Flieg mir entgegen, ich zieh auf die Jagd. Hat er dich? Ach, mit dem ersten Schuss hat er mir das ganze Suchteil mitgerutzt. So, dann flieg ich mal zu euch. Mit meiner französischen D20, äh D520. Ne, ich flieg hier nicht, wenn er da unten auf dem Boden so rum zümpelt. 463 für euch. Uh, das sieht nicht gut aus. Ne. Nope. Das flieg ich auch nicht an. Nein! Bin komplett leer. Fuck it. Wir verlieren auch grade das Match, weil jemand nicht aufgepasst hat und die haben den Flugplatz erobert. Ja, ist so viel. Ja, ich nehme jetzt mal einen Bomber und mache ein paar Bomben-Bomben-Zieler-Rex-Session. Mach das aber bei uns. Hm? Also, ah. Wohin? Ah, wird grade überrannt von kleinen Mini-Panzern. Ja, bis ich da bin. Ja, bis ich da bin. Ich werde noch ein bisschen Geschwindig-Pizze bekommen. Zehn Kilometer. Ja. Das ist nicht so großartige Runde jetzt gerade für mich. Ich versuche gerade zu entkommen. Du hast scheinbar gerade nichts hinter dir. Ja. 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 Das wird eine kurze Runde. Ja. Ich komme auch nicht mal hin. Oh, ich hasse diese Cap-Punkte. Das ist so ätzend. Mhm. Da gibt es jetzt eine neue Karte mit einer großen Landebahn in der Mitte. Und jeder darf landen, wie er will. Wobei das finde ich gar nicht so schlecht war. Weil da ist so alle auf eine Landebahn, da landet halt irgendwie keiner. Oder schafft es keiner. Doch, der hat schon. Weil du überall landen kannst. Tja. Das war ja kurz. Ne. Finde ich echt langweilig immer. Ja, können wir machen. Bling. Ähm. Das war nicht so. Nee, das war ich auf Platz 1. Ähm. Warte mal. Ich will mal kurz was gucken. Komisch. Einbauen, einbauen. Ich müsste gerade noch ein paar Sachen einbauen hier. Ja. Kaufen. Ja. Einbauen. Kaufen. Zack. So. Dann klicke ich mal auf Ready. In die Schlacht. Sofern er denn eine Schlacht für uns findet. Ja, ist gerade. Ist nicht so viel los. Das hatten wir schon mal. Eben ging es eigentlich relativ flott, war? Mhm. Und wie ist das mit dem Battle Ranking merkwürdig? Ja, hier müssen sie noch viel basteln. Ob das so tatsächlich funktioniert, beziehungsweise so ist, wie das da drin steht? Also irgendwie ist das komisch. Ja. Mach mal Domination. Diesmal mit 3 Punkten. Jetzt sind wir ja auch gegen Jagd-9s reingekommen. Naja, das ist ein bisschen unfair. Hätte ich doch auch meine Jagd-9 nehmen können. Jetzt direkt mal Bomben. Hm, ich nehme jetzt mal zum Anfang meine Bohr-Falter. Ja. Jupp. Ich dachte, der Bio-Falter. Nee, wo? Nein, wo? Ja, ja. Wann? Ich weiß gar nicht, aber wer hat mir das... War auch jemand, der YouTube-Videos gemacht hat? Ich weiß gar keine Ahnung. Du bist gerade im... Steigst du gerade? Ein bisschen. Ich überlege noch, auf was ich schieße. Es gibt so viele Ziele hier. Ich glaube nicht, dass ich da lebend wieder rauskomme. Sturzflug. Jolo. Boah, du bretterst da jetzt einfach voll rein. Und wie gerühren mich alle? Ja, ich mache auch einen Sturzbomberangriff. Ich habe nichts erwischt. Und alle unter mir durchgetaucht. Eigentlich wollte ich jetzt auf die Panzer da unten meine Raketen verschießen. Mach das, ich nehme die mittleren. Na toll, und jetzt brenne ich auch schon. Ich glaube, das war ein kurzer Ausflug mit dem Bohr-Falter. Das ist ein bisschen unfair gegen P-63, King Cobras. Ich habe noch einen mitgenommen. Das gibt es doch nicht. Die Raketen, die machen ja gar nichts. Ich muss halt schon treffen. Dann tun die echt weh. Von 1km Entfernung habe ich die Raketen voll draufgepratzt. 1km Entfernung? Da hast du getroffen? Ja, das ist ja so ein Hager, aber müssen die genau drauf sein, oder was? Ja. Das sind keine Probleme gewesen. Ja, genau. Habe ich eigentlich für Bomben dabei, das ist ja gar nichts. Alter, eine Mick setzt mich sofort in Brand. 3 Gegner sind drin. Ey, das ist doch Bullshit. Seit wann platzt ein Medium Tink nicht nur von der 52er Bombe? War das nicht früher so, dass man die nicht mal wirklich treffen musste damit? Wiss ich gar nicht. Oh no. 1.250 hat ausgereiht und direkt zu splaschen. Ich kann mich auch irren. Gibt's doch nicht, Alter. Genau, ein Ziel erwischt. Yo. Oh no. Ärgerlich. Was los? Alter, das ist ja einfach so, dass er einfach mal instant meinen Motorblock in Brand gesetzt hat, meiner Mächte Turbine. Willkommen in War Thunder. Wenn jetzt noch der Pilot dir um die Ohren fliegt, dann... Der verteilt sich in der Kabine, der Pilot. Mhm. Der Baum verteilt. Da ist eine ME410. Kriegst du die? Arbeite gerade dran. Also die brennt hier halt lichterloh, aber irgendwie... Die liegt nicht tot hierzu. Florio mitten da drin. Bin hinter dir. Kräfte aber auch gerade nicht. Oh, hat mich eine Korsair zerlegt. Pilot noch mal. Ja, das passiert viel zu häufig. Wobei, in letzter Zeit habe ich echt... Seitdem ich da ein bisschen mit den Crew-Skills arbeite, ist es echt sehr viel besser geworden. Anfangs war das echt zwar nicht mehr angenehm. Gibt's doch nicht. Ich hab die... Wow. Ja, wow. Na, gerade bei den Briten habe ich eine 500er Crew, also die sind eigentlich alle schon ziemlich topfit und werden trotzdem weggefetzt wie... Papierflieger. Bezahlt sie vielleicht einmal zu schlecht. Ja, die... kriegen dann Urlaub, wenn sie... Ich hab den... Die... Irgendwie die... Den Eindruck, dass meine Spitfire MK2B nichts trifft. Aber absolut gar nichts. Hm. Vielleicht sollte ich, äh, wieder die Tracer-Monition reinnehmen. Ja, ich hab's ja mal wieder umgebaut. Woah! Ja, sorry, aber dafür konnte ich jetzt nichts. Hast schon wieder was gerammt? Ich wurde gerammt und mich kamen vier Flieger zu. Ich konnte nur einmal ausweichen. Oh Mist. Boah, was ist denn abgewolfen alles los? Ich bin gleich schon wieder... 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 Aber ich glaub, damit treff ich nichts. Ah, wenn man trifft, dann macht's so ums. Oh, ich bin gleich beschädigt. Ich geh mal auf den Baum weiter drauf. Der will, glaub ich... Der will, glaub ich, landen. Ah, der ist tot. Ich versuch mal zu landen, um mich zu reparieren. Mal sehen, ob das hinhaut. Ich seh aus wie ein... Schweizer Käse. Hier auf den Japsen. Oh, Entschuldigung, Japaner, mein Gott. Ich hab'n Leck. Du fliegst daneben. Ja, ich will hier gerade erstmal wegkommen. Das ist ein Aera Cooper. Oh, jetzt ist mein Motor kaputt gegangen. Ja, das ist ein Schwein. Pass auf, wie hier hinter dir ist, Anna. Ich hab... Krieg ich hier und treff hier nicht. Huh! Die Landung dürfte drissend werden. Ich hab' keine Räder mehr. Wie musst du dann da, meinste? Wir sind echt nur die kleinen Räder weggerollt. Aber ich hab's geschafft. Soft Landing. Ich kann nur nicht reparieren. Na gut. Oh, der Flieger, ja. Gibt's noch mehr. Wow, was ist denn hier gerade los, ey? So ein Durcheinander. Das ist irre, oder? Ja. Okay, den hab' ich. Nice. Bin hinter dir. Da ist schon wieder was. Ja, das hat mich getroffen. Wow, Alter. Ist ja wie ein Polaraber hier. Das war echt. Das war echt. Na, tsch. Ja, ich würd' gern jetzt auch nochmal das 50mm Geschütze. Guck' ob ich jemals treffe. Da will was landen. Ei, ei, ei. Wo denn? Auf C? Mhm. Na, doch nicht. Blicken wir dann vorbei. Ich würd' ganz gerne landen. Muss ich zervorieren. Ich hab's doch abgeschossen. Obwohl ich fast auf dem Flug flog. Wow! Ich... Alter, war das knapp. Ich hab's doch mal abgeschossen. Doch, ich versuch jetzt mal mit 50mm was ich werde. Ich kann nicht mehr. Ich hab' nen kaputten Flügel. Ich konnte nicht wirklich nach oben ziehen. Wow! Ey, das Ding ist... Hat ja nicht vollgesippt. Ich würde überlegen, ob ich lande oder ob ich einfach das Flugzeug ausgebe. Also, ich hab's gerade aufgegeben. Also, ich hatte wieder nen Flügel geschädigt und dann kam mir hat einer so schön auf mich zugeflogen. Der hat mich noch weggerotzt und dann... ... bin ich halt back rein. Versuch ich auch vielleicht noch auf jemanden auf mich zugeflogen. Ich mein, direkt auf die... ... der Exibender oder so. Ich kann jetzt nur noch nach rechts fliegen. Das reicht. Hm? Ich kann nur noch nach rechts fliegen. Links ist nicht mehr. Wow! Die flie... Die landen da bei C. Kann ich gerade nicht den tun. Ich stürze gerade ab. Ich kann drauf gehen, aber... ... wenn... ... ich bin so heavy... ... da kommt einiges... ... ob sie zu... Den einen hab ich. Ja, den anderen versuche ich jetzt weg. Der fliegt wieder, oder? Fall die gleich noch... ... fliegen wie ein Stein von mir. Gott! Stirb! Ah, Hilfe! Boah! Nein! 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 Das gibt es nicht! Diesel blöde KI 45, was schießest du mir raus? Den... ... gracias. Guillowatt und ich hatte gerade dieses 50 mm sogar mit 20 mm Geschütz. Jetzt hat das gehört. Nur eins. Jetzt fahre ich alles auf, was ich noch habe. Was da wäre? Das B3 MK9. Oh, ich hoffe gerade. Boah, was? Wir haben ja einen mit 3000 Punkten. Das ist strong. Der fliegt mit einer Shakira. Nein, Schalker. Schalker. Ich lese dir nochmal Shakira, wenn ich klinge. Ja, ja. So, warte mal. Ich gehe mal auf die P400. Die zieht da gerade so weg. Aber nicht mit mir. Ich glaube, die Juh, wenn es geht. Alter, die Heiker. Mann, jetzt hat die mich fast gerammt, die eigene. Oh, ihr habt ja mal Action gerade. Boah, das ist doch echt schlimm. Immer diese Typen, die versuchen, mich auszuweichen. Nein. Er schießt mir den Piloten raus. Jetzt haben wir es mal erlebt. Ja, ich war gerade auch. Aus meinem schwersten Flugzeug. Ja, hinter mir ist irgendwas. Ich gehe runter. Er gewonnen. Oh. Alter. War schon spaßig, aber nicht von den Punkten so großartig bei mir. Ah, da war ja auch teilweise durcheinander. Es war ein großer Fleischwolf, muss man einfach zugeben. So. Ein neuer Schub hier. 6.000 XP. Erstmal die neuen Waffen. So, perfekt. Worauf gehen meine EP gerade eigentlich? Auf die Spitfire MK. Weiß ich nicht. 16. Gut. Ja, die ist lustig. Hast du die schon geflogen? Hm. Oh, hier habe ich ja wenig. Muss man meine Spitfire MK9 ein bisschen fliegen. Ja, dann war es das von der Folge, wa? Ja, okay. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.